321 und die Hütte knallt hallo und herzlich willkommen Leute und heute zeige ich euch mit Nasus ja ihr seht ja wie im Steckstext schon habt ihr wisst bestimmt schon worum es geht aber es ist seit neuestem es gibt seit neuestem das neue den neuen Modus und da gibt es ein neues Item und das nennt sich Fleischfresser und damit kann man ins Unendliche das AD stacken sie angeschaltet hier fast 1000 AD Asus und jetzt kann er mal zeigen wie für Charles ein Arie Achtung 3 2 1 kann man schon weil die ich mein Minutes wahrscheinlich weiß nicht gequittet hat ich hab' ich wohl glaub ich noch nie gesehen ist irgendwie unlogisch fast 1600 und kein One-Shot war der jetzt nochmal Test bei einem Crit bestimmt was nein bei einem Crit schieb 100% One-Shot die Crit ja hier wohnt die ganze Zeit 5000 auch ja 5600 abmacht die Minutes so ich hätte die einfach das Schild mal weg okay das ist so ein bisschen zufrieden er hätte mich mal hoch die Hälfte ist wie oben ist die Bezüge ich bin jetzt nicht also stelle ich dann wurde wurde von mindestens geht es ist also ich war fast gestorben adi kari so ich jetzt noch mal wenn es kritisiert ist 100% komm schon 321 die hütte knallt doch einmal nicht warum kriege ich nicht moment kurz erhielt ich eine Minute hoch ich weiß was ich mache damit ich 100%ig kritisieren du Hurensohn Alter Mann gehen wir anstatt jetzt noch mal verdummt hätte kommen damit ich 100%ig kritisieren soll kritten mann kann es sein dass es nicht kritisiert doch das habe ich wieviel kritisiert stets 65 prozent mit 60 kritisiert kommt 321 ich verstehe wenn er auch macht seine Minions kritisiert warum kritisiert sich vorher richtig geantwortet vorher habe ich dich wie sie gemacht wird und jetzt das das auch keiner das auch irgendwie keine Rüstung ich weiß nicht woran es liegt ne 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 das schieber mit raus vor hauen ist dann daran liegt er muss ich blut das verkaufen der kdu kaufen können und dann habe ich 100% krit so wenn es wenn jetzt nicht man schott man schottet ist dann nicht und 800 ad ganz okay ganz okay so moment man 321 und die hütte knallt da kam der crit 2.400 alter das ist ja mal ein krit ach so dann lag es doch doch daran dass ich nicht gekriegt habe ich dachte ich würde die ganze kippen aber nicht bei 65 65 prozentiger wahrscheinlichkeit hat es nicht gekriegt habe ich nicht gesehen das ist echt komisch ich mache jetzt noch schnell wo ist er hundertprozentig hier drin ich wusste es da kam der fläche und ich wusste dass der fläche geflogen der fläche kam über band die kuh in die presse komme ja ich sagte doch ich sagte es hier schon vorhin das war noch nicht das war jetzt im ernst ich weiß nicht wie viel schaden ist aber fast 3000 am port wo 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 zu so Leute danach ich wird ja auch gepusht ich jetzt auch und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Bis dann! Ciao! Tschüss!